Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro Computersysteme und zwar mit dem Gamer PC Ryzen 9 7950 X3D mit RTX 4090 DLSS 3 für 3699 Euro runtergesetzt von 3999 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen, dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIPCDKDeals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz vorweg, auch das war wieder ein User-Wunsch auf unserem Discord-Server von Bunnyboy oder Buniboy, wie auch immer. Der hat dieses System hier reingeschickt und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild, das ist einfach nur das 5000D-Gehäuse, da ist auch nichts drin verbaut. Großartig, auch nicht in den anderen Bildern. Man sieht das hier, das ist wirklich stinknormal, einfach nur das Gehäuse, das passt soweit. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 9 7950 X3D, 16x 4,2 GHz, 5,7 GHz Turbo. Der hat 16 Kerne und 32 Threads, 120 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5000 200 MTS. Man muss dazu sagen, der Sweet-Spot für die AMD-Prozessoren der aktuellen Generation liegt bei ca. 6000. Deswegen wäre es schön, wenn hier 6000er MPC drin wäre, dem ist aber nicht so. Das ist natürlich der Top-Prozessor gerade von AMD. Einmal die X3D-Variante mit dem V-Cache und dazu noch der 759er, einen höheren gibt es gerade von AMD einfach nicht. Der sticht auch so ziemlich in allen Spielen die Intel-Prozessoren aus. Es gibt ein paar Spiele, da ist dann Intel wieder ein Ticken schneller, klar. Aber das ist wirklich ein reiner Gaming-Prozessor. Natürlich könnt ihr damit auch rendern und so. Aber der 13900KS zum Beispiel ist in einigen Applikationen auf jeden Fall schneller, weil er halt auch einen schnelleren Single-Core-Takt hat. Das Problem, was ich jetzt persönlich mit diesen Prozessoren aus der aktuellen 7000er-Serie habe, ist einfach, dass die scheinbar gerne kaputt gehen. Zumindest wird im Moment viel davon berichtet. Unter anderem hat der Bauer dazu ein Video gemacht. Diese Videos verlinke ich euch alle unten in der Videobeschreibung. Schaut sie euch an. Ich persönlich warte lieber mal ab, was jetzt mit diesem Thema passiert. Ich will die jetzt absolut nicht schlecht reden oder so, aber es ist halt einfach so, wenn ich merke, dass mehrere News-Seiten davon berichten, dass die Dinger hochgehen unter bestimmten Voraussetzungen, lasse ich halt die Finger davon. Genauso hat Gamers Nexus dazu auch noch ein Video gemacht. Und auch Egoslab und auch noch zig andere News-Seiten und so. Guckt euch die Videos an. Wie gesagt, verlinke ich euch. Das von Gamers Nexus ist jetzt natürlich auf Englisch, die anderen beiden aber auf Deutsch. Schaut sie euch einfach mal an. Wenn wir uns das jetzt mal wegdenken mit diesen News, würde ich schon sagen, ist natürlich ein Astreiner-Prozessor. Klar, ist auch ein sehr, sehr teures System, aber ist halt die Top-Variante, die es im Moment gibt. Und der kostet auch stolze 729 Euro bei Mindfactory. CPU-Kühler ist eine Corsair H150i Elite Capellix-Schwarz. Das ist natürlich eine stinknormale Corsair-Wasserkühlung, eine 360er. Ist auch gut gewählt für diesen Prozessor. Der wird nämlich schon warm, auch wenn er nur 120 Watt TDP hat. Liegt auch unter anderem daran, dass der Heatspreader von den aktuellen AMD-Generationen sehr, sehr dick ist. Deswegen wird die Wärme nicht so gut abgetragen. Aber die Wasserkühlung reicht auf jeden Fall dafür aus. Hat auch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung auf den Lüftern und auf den Pumpenkopf. Ja gut, wer es mag, passt auch gut in das 5000D rein, in das Gehäuse. Das ist schon in Ordnung. Und die kosten auch stolze 211,48 Euro. Also ich kenne ähnliche Wasserkühlungen, unter anderem von Deepcool. Die kosten halt 120 Euro und sehen fast genauso aus. Naja, was soll's. Das Mainboard ist ein Gigabyte x76 Euros Elite AX. Das hat gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden. Hier können noch drei weitere SSDs verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein. Und hier unten habt ihr noch zwei Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, sechsmal USB 3.0, zweimal USB 3.1, USB-Typ C ist auch mit am Start, viermal USB 2.0, Onboard-Grafik. Könntet ihr theoretisch benutzen. Ja, das geht mit den aktuellen AMD-Prozessoren. Würde ich aber hier einfach nicht machen, weil eine 4090 verbaut ist. Schließt bitte euer Kabel an die 4090 an. Ich sag das immer wieder so oft, weil immer wieder die Frage im Discord kommt, ja, ich krieg kein Bild und so. Und dann schließen die Leute das meistens am Mainboard an. Ist halt schade drum. WLAN und Bluetooth haben wir auch mit am Start. Das ist schon ein solides Board. Das ist auch keine Einsteiger-Variante mehr. Das ist eher so Mittelklasse. Es gibt natürlich noch übertriebene Boards, die dann 600, 700 Euro oder so kosten. Aber das reicht völlig aus für den normalen Anwender. Und das kostet 298,98 Euro bei Main Factory. Die Grafikkarte ist eine 24 GB Nvidia RTX 4090 beliebiger Hersteller. Das kennen wir natürlich schon. Hier lässt sich Dubaro einfach offen, was sie verbauen, weil die Grafikkarten machen schon einen fetten Preispunkt aus und dann versuchen die halt immer möglichst günstig ranzukommen. Wir nehmen jetzt in dem Fall auch die günstigste bei Geizhalts. Das ist die Palo GeForce RTX 4090 Game Rock. Ich finde diese Karte so wunderschön. Sag ich euch so, wie es ist. Guckt euch die mal an. Das ist aber auch ein Brecher. Schaut mir, wie dick die ist. Aber es ist eben auch eine 4090. Das ist im Moment das Top-Modell von Nvidia. Was Höheres geht einfach nicht. Natürlich hat AMD auch noch die 7900 XTX und so, aber selbst die kommt da nicht ran. Soll sie auch gar nicht. Bei diesem Preispunkt erwartet man einfach das Beste vom Besten. Das kriegt man hier auch. Den FPS-Test dazu, den findet ihr in der Videobeschreibung. Und die kostet 1645 Euro bei Main Factory. Der Arbeitsspeicher sind 64 GB, 2x 32 GB DDR5, AMD, Intel, 5600 MHz, Kingston Fury Beast. Zuerst einmal 64 GB braucht ihr als Gamer nicht. Ähm, 32 würden da reichen, aber der Preispunkt, der unterstreicht das natürlich nochmal. Und da sind 64 GB auch okay. Vor allen Dingen, wenn ihr vielleicht Animationen erstellen wollt, ihr wollt irgendwas rendern oder so, da sind 64 GB immer nice to have. 5600 MTS ist natürlich mehr als das, was AMD angibt mit 5200, aber weniger als der Sweetspot. Also 6000er hätte ich mir da schon gewünscht und vielleicht auch CL32. CL36 ist auch ein bisschen langsamer. Das sind so messbare Sachen, ja. Also, die könnt ihr wirklich in Benchmarks auch messen. Beim Zocken macht es jetzt nicht den mega großen Unterschied. Ansonsten Dual Channel, keine RGB-Beleuchtung. Ja, wer es nicht braucht, ist ja völlig in Ordnung. Und der kostet 205,06 Euro bei Ebay über Alternate. Die Festplatte ist eine 2 TB Kingston Fury Renegade M.2 PCI Express 4.0 SSD. Der hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde. Die ist sau schnell. Braucht man eigentlich. Auch nicht erwartet man, aber trotzdem bei dem Preispunkt und bekommt die auch. 2 TB. Ja, ob ich damit so happy wäre? Ich weiß nicht. Da würde ich mir schon eher so 4 TB wünschen, aber das muss jeder selber wissen. Mit 2 TB kommt ihr natürlich erstmal lange aus. Es geht mir nur um diesen Preispunkt. Da erwartet man halt einfach mehr. Aber wir sind ja auch zum Glück nicht bei Hightech. Da wäre es 1 TB geworden und sehr wahrscheinlich noch eine 1 TB HDD. Deswegen sollten wir damit erstmal happy sein. Und die kostet 142,04 Euro bei Mindfactory. Wisst ihr, was sich gerade krass so durchzieht? Das ist sehr viel bei Mindfactory, ne? Gut, eben war einmal bei Alternate, der Rest war alles bei Mindfactory erhältlich. Ist selten, dass es so krass ist. Das Netzteil ist ein 1000 Watt Be Quiet Straight Power 11. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und voll modular. 1000 Watt reicht ganz dicke aus für dieses System. Hätte es noch niemals mehr sein müssen. Sehr wahrscheinlich hätten 850 auch ganz locker gereicht. Bringt allerdings den neuen Anschluss für die neuen Grafikkarten nicht mit. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, weil die Nvidia Karte, die hier drin ist, hat eben schon diesen neuen Anschluss, diesen kleinen Stecker, diesen High Power Anschluss. Und da müsstet ihr dann mit so einem Adapterkabel arbeiten. Sieht nicht schön aus, funktioniert zwar, aber es wäre natürlich eleganter, wenn man schon das neue Kabel mit dabei hätte. Ansonsten ist es qualitativ ein gutes Netzteil. Die Kabel, die ihr nicht benötigt, werden aus dem Gehäuse weggelassen. Kriegt ihr einen Sonderkarton. Ich hatte ja schon mal ein Dubaro System hier. Dann legen sie einfach die Kabel mit in dieses Netzteilschächtelchen mit rein und dann passt das. Und das kostet 184,89 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Corsair 5000D Airflow schwarz. Ich hatte das 4000er mal im Review. Das ist einfach nur ein Ticken kleiner als das 5000D. Und das 5000D ist ein astreines Gehäuse. Hat super Kabelmanagement, hat eine Meshfront. Es bringt schon vorne einen Luffy mit und hinten auch einen. Wäre natürlich geil, wenn es vorne voll bestückt werden würde. Würde a besser aussehen und b wäre der Luftstrom dann auch besser. Aber es ist echt ein Top Case. Kann man überhaupt nicht meckern. Und das kostet 164,90 Euro bei Amazon. Betriebssystem ist keins mit dabei. Installiert es euch über einen USB-Stick. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ist ganz easy. Ihr braucht nur einen Stick mit mindestens 8 GB. Und die Anleitung, die ist unten in dem Video drin, die dauert anderthalb Minuten. Dann seid ihr durch damit. Service, Zweier, Garantie, Retourenschein im Reklamationsfall. Also kein Pickup und Return. Ihr müsst quasi dem Postboten das Ding in die Hand drücken, sobald ihr ihn irgendwie seht und erwischt. Oder ihr müsst es selber zu Post bringen. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 3.581,35 Euro. Das System soll kosten. 3.699 Euro. Runtergesetzt von 4.000. 4.000 wäre deutlich zu teuer gewesen. 3.699 ist okay. Kann man machen. Da sind wir jetzt bei ungefähr 120 Euro Aufpreis fürs Zusammenbauen. Natürlich hat Tubaro da noch Margen in den einzelnen Dingern drin. Ja. Aber selbst wenn ihr bei Mindfactory die Sachen alle finden würdet, und das ist sehr wahrscheinlich, weil wir haben eben fast alles bei Mindfactory gehabt, würdet ihr bei den 190 Euro bezahlen fürs Zusammenbauen. Hier sind es 110 oder 120 Euro circa. Das ist soweit echt ein gutes System. Der RAM hat mich ein bisschen gestört. Der hätte ruhig noch ein bisschen schneller sein können. Also wie eben schon gesagt, 6.000er CL32 wäre cool gewesen. Aber sonst, ja, das Netzteil mit diesem Stecker, mit diesem Adapter, es funktioniert halt. Aber es wäre nice gewesen, wenn schon die neue Variante drin gewesen wäre. Aber ansonsten ist das System okay. Die Links zu dieser AMD-Thematik mit den Prozessoren schicke ich euch alle unten rein. Macht eure eigene Meinung. Ich persönlich lasse erstmal jetzt die Finger von den AMD-Prozessoren. Ich bleibe lieber erstmal bei Intel. Auch wenn AMD zukunftsweisender ist mit dem AM5-Sockel, weil ihr könnt die nächsten Generationen sehr wahrscheinlich auch noch darauf betreiben. Aber ich finde das ein bisschen heikel, deswegen lasse ich jetzt erstmal die Finger davon. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, kauft es euch. Vielleicht rüstet ihr selber den RAM eben noch auf oder das Netzteil und dann ist das auch okay. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Abo wäre auch ganz nice. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.